Es freut mich, dass die Holding Graz auch heuer wieder Lehrberufe anbietet. Vom Bürokaufmann, Bürokauffrau über Landschaftsgärtnerinnen bis hin zu Kfz und Elektrotechnikerinnen kann man einen sicheren Arbeitsplatz im städtischen Umfeld erlernen. Liebe Grazerinnen, liebe Grazer, ich freue mich, als Holding Graz Chef Ihnen wieder unseren Lehrlingsausbildungsbetrieb vorstellen zu können. Wir haben derzeit 100 Lehrlinge, die wir beschäftigen und weiterbilden und wir nehmen jedes Jahr 25 bis 30 Lehrlinge auf, die ihre Ausbildung machen können. Ja, interessante Jobs bei uns, vom Bürokaufmann oder Kauffrau bis zum Rechnungswesen, aber natürlich auch im Werkstättenbereich, im Recyclingbereich, bei den Straßenbahnen. Überall gibt es interessante Jobs, wo wir Interesse haben, unsere Leute selbst auszubilden und wir freuen uns, wenn der eine oder die andere sich bei uns meldet. Alles Gute! Ich war einmal schnuppern als Elektrikerin und das hat mir meistens Spaß gemacht und bei den Aushängestallen, was es immer gibt, habe ich das halt gesehen und habe es halt an sich voll spannend gefunden und dann habe ich mich halt beworben und bin schnuppern hergekommen. Auch das Arbeiten zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen ist sehr gut, sehr freundlich und macht Spaß. Und halt die verschiedenen Bereiche, wenn du zum Beispiel zum Motorenwerkstatt bist, du hast halt die Motoren, die Lüfter und das Ganze. Wenn du jetzt draußen bei den Vorwerken bist, die Vorwerke und die verschiedenen Sachen halt. Ich bin seit Oktober 2020 bei der Holding Graz als Landschaftsgärtner. Das erste Lehrjahr war im Anzuchtbetrieb in der Martinhoftstraße. Ab dann ging es hinaus in die Stadt, wo wir jeweils verschiedene Stützpunkte haben und seitdem bin ich im Stützpunkt Volksgarten. Mir gefallen die freundlichen Arbeitskollegen und die tollen Arbeitszeiten. Man muss auf jeden Fall bei meinem Beruf jetzt speziell teamfähig sein. Mein Wunsch Zukunft wäre auf jeden Fall weiter bei der Holding Graz, für die Stadt Graz weiterhin zu arbeiten, die Stadt schöner machen, von meiner Seite aus so gut es geht. Ich freue mich auf die Zukunft, die ich noch hier in der Firma habe und auf tolle, schöne weitere Dienstjahre.